Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde von Smite. Das ist ein Tagesmodus, wo man unendlich Mana hat bzw. kein Mana verbraucht. Da kann man es auch sehen. Und die maximale Cooldown Reduction hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Hat jemand an der Tür geklopft? Gut, die haben Hell trotzdem gebannt. Naja, ist ja nicht schlimm. Gibt es ja andere gute Götter. Daher, dass ich auf der verletzten Stelle bin, werde ich sicherlich den besten Gott bekommen. Wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal, was da passiert. Loki ist ziemlich gut. Und Kumbwa, hm. Der kann die auch eh Spam. Das ist richtig nice. Ich überleg mir grad einen Mage zu holen. Aber die haben alle Heiler. Jeder der heilen kann, haben die gesperrt. Bis auf Hercules. Aber der kann doch sich selbst heilen. Apuji ist abnormal. Der kann nicht springen. Das ist fatal. Aber der kann gut auf Entfernung spielen, sozusagen. Das hat auch schon jemand. Der Lohna. Hm. Der Lohna. Hm. Der Lohna ist ganz schön witzig. Also wenn die jetzt Belohner nicht nehmen, was ich sehr stark hoffe, dann habe ich gute Karten. Den Skin. Diesen Belohner Skin. Den muss man sich einfach mal gunnen. Der Skin. Allein schon der Hammer ist so abnormal. Und ihre Stimme muss man sich dann auch noch stellen. Also das ist eine Kombo, die unwiderstehlich ist. Ich glaube ich werde gleich auf Angriffsgeschwindigkeit gehen und dann auf Crit. Aufs Herz. Das ist ein weiteres Problem. Jetzt haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Wundervoll daran. Das ist das Wundervoll daran. Sooo, dann läuft es jetzt zum Ladebildschirm. Also, es wird ein ziemlich großes Gemetzel, oh man, vor allem mit Nova, weil die kann einfach mit der Ulti sehr, sehr stark den Gegnern zusetzen, 3 Mages, 4, alles Mages, bis auf die Arachne, okay, ich weiß schon das erste Item, und das wird mein Lieblings-Item sein. Ja, dann sollte ich eigentlich relativ gut gewappnet sein. Ich werde mir wahrscheinlich 2 Death-Items kaufen, to make. Sooo, mein Lieblings-Item. Der Rest muss warten. In 14 Sekunden Spam, das ist schon ab, normal. Ah, schau mal mal. Oh, das ist Damage. Ich höre mehr Speed. Okay, Arachne ist ja schon. Okay, Arachne ist ja schon. Ich höre mehr Speed. Oh, dass ihr da seid? Wie ist das? Ja, ich höre mehr Speed. Ich höre mehr Speed. Dann muss ich alles mal mehr, und ich höre mehr. Ich höre mehr Speed. Ich höre mehr Speed. Also, ich höre mehr Speed. Ich höre mehr Speed. Ja, okay, ich bin erstmal der Upcord. Ja, so geht's eigentlich schon los. Es ist ziemlich... Ja, also man kann die Attacken durchspunnen, das ist ziemlich nice. Da hinten ist eine Arache. Gut, das gibt Punkte, das gibt mir den Level. Okay. Okay. Ja, die sind schon da. Das ist von uns super. Das ist normalerweise, die sind zu zweit. Ich muss da ein bisschen wieder reinkommen. Ich will jetzt nicht unbedingt umsterben. So eine Klappe halten hier. Ja, aber das Team ist irgendwie nicht ganz dabei. Ich bin eigentlich nicht so besonders gut. Klappe halten. Die krieg ich noch kleiner, aber... Die krieg ich noch kleiner, aber... Das dauert. Ach, diesen Lerf. Ja, genau. Kuh-Klan kommt. Kuh-Klan kommt woanders. Ja, das Ganze machte das. Pussy. Pussy. Ich muss mal HP hier aufladen. Pussy. Jetzt kommen wir wieder aus. Das ist so... Kacke. Okay, Split haben wir wieder. Okay, Split haben wir. Ah, ja, Rachen. Ja, Rachen. Ja, Rachen mit ihren Spinnen. Das kann noch was werden. Ja, gut. Der Tauer ist so gut wie Geschichte. Was soll ich da machen? Die sind so zu weit. Die sind so zu weit. Das ist so gut. Yep, Schwer. Das war's. Das ist so gut. Woher kann ich einen Arachen. Ich will nicht mit Tenen zusammen, ich will nicht, ich will nicht mit Tenen zusammen. Dann muss ich den Jungle Buffs schnell machen um mit den MP-Fahrern zu kommen. So, dann gehen wir hier lang, pushen wir die Lane, in dem Modus werden die Leute beschäftigt. Okay, nice. Okay, yummy, es ist ziemlich eine harte Nacht. Naja, mir ist jetzt mit, oder? Ich muss schnell links treffen, sonst wird das jetzt nichts werden. Angriffsgeschwindigkeit und dann immer Crit. Ich hätte das bloß früher gesehen. Gut, dann pushen wir hier links mal ganz durch. Ja, die sind in der Mitte ganz schön rein. Ich pushe dann hier jetzt mit. Jetzt bin ich fix. Ah, was habe ich da gemacht? Das war schlecht von mir. Naja, es kommt vor. So. 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 So, dann was ich Crit. So. 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 So einen Ansgarительно. So. 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 Okay, Anubis. Helfe mal den Mann. Was ist mit dir? Was ist mit dir? So macht man miss. Das Lachen, das ist einfach abnormal. Die haben schon aufgegeben, wie furchtbar. Naja, sind wir froh darüber. Gut, das war der Tagesmodus mit Unendlich Mana, Unendlich Also ganz schnell Cooldown, 80% Cooldown Mit der Belohner mit den Abnormalen Skin War jetzt so nicht der Größte Aber Zweckel ist immerhin ein Tod Naja, den hätte ich verhindern können Damage Lässt zu wünschen übrig, aber Die Neuschaden Ich hab versucht irgendwie das Beste draus zu machen Ja, ich hoffe es hat euch gefallen Schreibt es mir in die Comments bitte Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt vom Charakter her Schreibt es auch in die Comments, danke